Und hier aufgerufen wird gerade die Aktuelle Stunde mit dem Thema Verherrlichung von Terror in Deutschland unterbinden, Antisemitismus entschieden, bekämpfen, beantragt von den Ampel-Koalitionsfraktionen und der Unionsfraktion. Erste Rednerin Rita Schwarzelöhr-Sutter, die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Innenministerium. ... der Hamas auf Israel begonnen. Und an keinem Tag seit der Shoah wurden so viele Menschen jüdischen Glaubens ermordet. Und nach wie vor werden Raketen der Hamas und anderer terroristischer Organisationen auf Israel abgefeuert. Unzählige unschuldige Menschen befinden sich als Geiseln in den Händen der Hamas. Und es ist purer Antisemitismus, wenn auf deutschen Straßen diese menschenverachtenden Taten bejubelt werden. Und das dulden wir nicht. Wir stehen unverrückbar an der Seite Israels, was der Besuch des Bundeskanzlers noch mal deutlich unterstrichen hat. Und wir stehen an der Seite der jüdischen Gemeinde und an der Seite von Jüdinnen und Juden in unserem Land. Und wir lassen unseren Worten von Solidarität und auch von Mitgefühl auch Taten folgen. Und deshalb ist auch der Schutz von jüdischen Einrichtungen bei uns wichtig und hat höchste Priorität. Viele Länder haben in den letzten Tagen Versammlungen verboten, bei denen antisemitische und israelfeindliche Ausschreitungen erwartbar waren. Und das begrüße ich ausdrücklich und danke auch den Ländern. In Deutschland darf jeder seine Meinung frei äußern und friedlich demonstrieren. Aber es hat eine ganz dicke rote Linie. Es gibt null Toleranz für antisemitische und israelfeindliche Hetze. Es gibt null Toleranz für Gewalt. Und diese Linie setzt unser Rechtsstaat durch mit Versammlungsverboten, wenn antisemitische Hetze droht. Und wenn es sein muss, auch mit harten polizeilichen Einschreiten. Außerdem werden wir alle, alle rechtlichen Möglichkeiten zur Ausweisung von Hamas-Unterstützern nutzen. Und hier liegt die Zuständigkeit bei den Ländern. Und Bund und Länder stehen hier in einem engen Austausch. Der Bund hat den gesetzlichen Rahmen für den Kampf gegen Antisemitismus verbessert. Insbesondere auch durch das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Und mit Maßnahmen gegen Hass und Hetze im Netz. Der Strafrahmen bei öffentlich begangener Beleidigung wurde angehoben. Die Strafbarkeit bei Bedrohung erweitert. Und wir haben eine zentrale Meldestelle gegen entsprechende Straftaten im Internet beim BKA eingerichtet. Bereits 2020 wurde die Strafbarkeit des Verbrennens von Flaggen eingeführt. Und Mitte 2021 wurde das Verbot des Verwenden unter anderem von Hamas-Symbolik im Strafgesetzbuch verankert. Klargestellt haben wir auch, dass antisemitische Motive grundsätzlich strafverschärfend zu werten sind. Und wir haben die Strafvorschrift verhetzende Beleidigung eingeführt. Und nicht zuletzt zieht die Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes vor, dass antisemitische Handlungen einer Einbürgerung entgegenstehen. Ich sage es noch einmal ganz deutlich. Antisemitismus, Rassismus oder jede Art von Menschenfeindlichkeit steht einer Einbürgerung entgegen. Da gibt es keine Toleranz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die steigende Gefahr von Solidarisierungs- und Unterstützungsaktionen für den Terrorismus der Hamas nehmen wir sehr ernst. Wir setzen alle rechtsstaatlichen und polizeilichen nachrichtendienstlichen Mittel gegen die islamistische Szene ein. Die Polizei von Bund und Ländern sowie die jeweiligen Nachrichtendienste ziehen im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum den GTAZ sämtliche Informationen zusammen, um einen schnellen und unmittelbaren Informationsaustausch zwischen allen relevanten Akteuren zu gewährleisten. Insgesamt 40 Behörden arbeiten hier eng zusammen, um ein präzises tägliches Lagebild zu erstellen und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Denn jegliches Handeln für die terroristische Hamas in Deutschland muss so schnell und so weit wie möglich gestoppt werden. Ich betone jegliche Unterstützung für die Hamas bei Versammlungen oder auch online. Das ist nicht hinnehmbar. Und jede Unterstützung der barbarischen Gräueltaten der Hamas lehnen wir auch konsequent ab. Deshalb wird das von Bundeskanzler Olaf Scholz und Innenminister Nancy Faeser am 12. Oktober verkündete Betätigungsverbot von Hamas und Samidun schnellstmöglich umgesetzt. Gleichzeitig müssen wir mit der politischen und schulischen Bildung die Menschen erreichen, die in ihren Herkunftsländern oder Familien einseitig politisiert werden. Mir macht eine Haltung Sorge die undifferenzierte Mordtaten der Hamas relativiert. Und ich sage hier auch, für Terror gibt es keine Legitimation. Erste Stimmen sind zu vernehmen, die von Palästinenser-Pogromen in Deutschland sprechen. Wenn unsere Sicherheitsbehörden gegen menschenverachtende Hetze einschreiten, ist dies der wehrhafte Rechtsstaat und nichts anderes. Und hierzu erwarte ich auch eine ganz klare Haltung der islamischen Verbände in Deutschland. Ich erwarte eine Haltung, die den Terrorismus von Hamas ohne Wenn und Aber verurteilt. Das hat das BMI bei einem Gespräch mit den Verbänden gestern auch sehr deutlich gemacht. Das Treffen war offen und auch konstruktiv, wofür wir allen Teilnehmenden dankbar sind. Es herrschte Einigkeit, dass der terroristische Angriff der Hamas auf Israel alle tief erschüttert hat. Und diese Gräueltaten wurden auch auf das Schärfste verurteilt. Es herrschte ebenfalls Einigkeit bei dem Treffen, dass alle Beteiligten in Deutschland eine Verantwortung für das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft haben. Und welch hohen Stellenwert das Thema für die Bundesregierung hat, zeigt die im letzten Jahr verabschiedete nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben. Bund und Länder haben Strukturen geschaffen, die den Kampf gegen Antisemitismus stärker in das Bewusstsein von Politik und Öffentlichkeit rufen. Beauftragte des Bundes und der Länder wirken eng in der Kommission gegen Antisemitismus zusammen. Und sie sind auch im Austausch mit der Kultusministerkonferenz, die gemeinsam mit dem Zentralrat der Juden Empfehlungen für Schulen erarbeitet. Antisemitische Einstellungen finden sich leider in allen Teilen unserer Gesellschaft. Und der Großteil der erfassten antisemitischen Straftaten mussten auch im Jahr 2022 dem rechten Spektrum zugeordnet werden. 2.185 von 2.641. Und die Zahlen sprechen doch auch für sich. Gleichwohl umfassen unsere Fördermaßnahmen auch Projekte gegen Israel bezogenen Antisemitismus und Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft. Ein Bereich, so zeigen die aktuellen Ereignisse, der von uns noch stärker in den Blick genommen werden muss. Und der Beauftragte für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus fördert zum Beispiel das Projekt Migrantinnen gegen Antisemitismus des Dachverbands der Migrantenorganisationen in Ostdeutschland. Und wir unterstützen seit diesem Jahr den Bundesverband RIAS e.V., der erfasst antisemitische Vorfälle auch unterhalb der Strafbarkeitsschwelle. Das hilft, das Dunkelfeld zu erhellen. Und je mehr wir wissen, desto zielgerichteter kann Prävention auch erfolgen. Ein Großteil der Maßnahmen liegt natürlich bei den Ländern. Denken Sie an Polizei, Schule und Justiz. Da ist es so wichtig, dass wir uns eng austauschen, dass wir gut zusammenarbeiten. Und ich kann Ihnen sagen, seit dem 7. Oktober tun wir das auch. Auch Länder und Justiz nehmen das Thema sehr ernst. Antisemitismusbeauftragte wurden bei den Generalstaatsanwaltschaften berufen. Die Bundesregierung hat auch den Islamismus im Fokus. Über den Expertenkreis Politischer Islamismus haben wir ein Netzwerk aus führenden Expertinnen und Experten aufgebaut. Der hat einen guten Überblick über den Stand der Wissenschaft geschaffen. Und im November veranstalten wir die Konferenz Politischer Islamismus und autoritärer Nationalismus. Auch in Kooperation mit ehemaligen Mitglied des Expertenkreises Professor Kohide. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass für das terroristische Gedankengut israelfeindlicher Organisationen kein Raum auf unseren Straßen, unserem Land sein darf, sollte jedem die Freiheit und den Frieden liebenden Menschen bewusst sein. Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie. Wir dürfen es den Feinden unserer offenen Gesellschaft nicht ermöglichen, unser Zusammenleben mit Füßen zu treten. Und null Toleranz gegenüber Feinden der Demokratie, das ist wirksamer Schutz für unsere tolerante Gesellschaft und unsere Freiheit. Herzlichen Dank. Der Bundestag debattiert über den Kampf gegen Antisemitismus. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel hat auch Auswirkungen in Deutschland, beispielsweise heute Nacht gewalttätiger Ausschreitung in Berlin zwischen pro-palästinensischen Demonstranten und der Polizei. Und es gab in Berlin einen versuchten Brandanschlag auf ein Haus mit mehreren jüdischen Einrichtungen in dieser Nacht. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie den Roman kennen, Sarahs Schlüssel von Tatjana de Rosnay. Es ist ein Kriegsdrama, das die Deportation von Juden im Jahr 1942 in Paris in den Fokus rückt. Und ich will sagen, dieser Roman lädt das gesamte Grauen des Holocaust auf die Schultern von zwei Kindern. Und diese Geschichte macht genau deshalb diese Angelegenheit so herzzerreißend. Es ist ein Buch, das einen zum Weinen bringt. Und für mich persönlich hat es dazu geführt, dass es zwei Worte, die ich schon lange verinnerlicht habe, mir noch einmal tief ins Herz und in die Seele gebrannt hat. Und das sind die Worte nie wieder. Wenn wir in diesen Tagen sehen, was Verstörendes, ja, Abscheuliches auf unseren Straßen und Plätzen stattfindet, nämlich, dass Verschleppung, Massakrierung, Vergewaltigung gefeiert wird, bejubelt wird, dass offen die Auslöschung des Staates Israels skandiert wird und dass Wohnstätten unserer jüdischen Brüder und Schwestern mit dem Davidstern gebranntmarkt werden, dann, meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann ist es Zeit, dass dieses Haus der Unumstößlichkeit dieser zwei Worte nie wieder umfassend mit Leben füllt. Und wenn wir nie wieder mit Leben füllen, dann geht es zunächst einmal darum, das, was dort passiert, einzuordnen. Denn nur wer richtig einordnet, ist in der Lage, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Und um es einzuordnen, meine Damen, meine Herren, müssen wir beschreiben können, was wir dort sehen. Und ich habe es letzte Woche gesagt und sage es diese Woche wieder, das, was wir dort sehen, ist ein Antisemitismus, der über Migration in unser Land gelangt ist. Und deshalb brauchen wir drei Konsequenzen. Wenn wir nie wieder mit Leben füllen wollen, dann muss doch klar sein, dass derjenige, der Antisemitismus, Israel-Hass auf unsere Straßen und auf Plätze bringt, dass der in unserem Land nichts verloren hat. Das gilt im Übrigen auch für Verbände und Vereinigungen. Samidu kann bis heute agieren. Wer das Existenzrecht Israels nicht anerkennt, wer Juden hasst, der darf in diesem Land kein Asylrecht und keinen anderen Schutzstatus bekommen. Und die deutsche Staatsbürgerschaft, die darf nur bekommen, wer sich ausdrücklich und konkret zum Existenzrecht Israel klar bekennt. Und wer die doppelte Staatsbürgerschaft hat und durch antisemitische Handlungen auffällt, dem muss man konsequenterweise die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen können. Und über allem schwebt doch generell die Konsequenz, dass jemand, der Israelfeindlichkeit, Antisemitismus auf unsere Straßen und Plätze bringt, der muss sich unausweichlich einer Ausweisung gegenübersehen. Die zweite Konsequenz, wenn wir nie wieder mit Leben füllen wollen, ist, dass Antisemitismus im Bereich der Volksverhetzung ein besonders schwerer Fall sein muss, bedroht sein muss mit einer Mindestfreiheitsstrafe von sechs Monaten, was dann am Ende andere Konsequenzen eröffnet. Und da kommen wir noch zum dritten Themenfeld und im dritten Bereich der Konsequenzen, wenn wir nie wieder mit Leben füllen wollen. Ich sage Ihnen, wir müssen doch nach allem, was wir dort sehen, unsere Migrationspolitik neu ausrichten. Denn es muss doch möglich sein, im Bereich der Migrationspolitik auch den Begriff der Integration kritisch zu hinterfragen. Und ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Jahr 2000, Friedrich Merz, weit vor ihrer Zeit, hat im Jahr 2000 in die Debatte um Migration den Begriff der deutschen Leitkultur einflechten wollen. Genauso wie es Horst Seehofer auch gemacht hat. Was ist passiert? Das Ganze ist diffamiert worden zu einer rassistischen Kampagne. Ich sage Ihnen, wenn Sie die Diskussion um Migration derart verengen, dann müssen wir uns nicht wundern, solche Bilder auf unseren Straßen zu sehen. Ich sage Ihnen, wir sind damals falsch abgebogen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Der Bundeskanzler hatte beispielsweise das Betätigungsverbot des pro-palästinensischen Netzwerks Samidu angekündigt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz will das Betätigungsverbot gegen sowohl die radikale islamische Hamas als auch das Verbot gegen den pro-palästinensischen Verein beziehungsweise das Netzwerk Samidu rasch und entschlossen durchsetzen. Das sagte der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang am Montag bei einer Anhörung hier im Bundestag. Viele Zivilistinnen und Zivilisten wurden in grenzenloser Brutalität durch Hamas-Terroristen auf israelischem Boden bestialisch ermordet. Etwa 200 Personen, darunter Kinder, wurden durch die Hamas als Geiseln in Gaza genommen. Seit dem Schrecken der Schoah wurden nicht mehr so viele Jüden und Juden, wir hatten es gerade gehört, an einem Tag ermordet wie am 7. Oktober 2023. Dass nun im weit entfernten Deutschland, dem Land der Schoah, Menschen den Terror glorifizieren und antisemitische Parolen skandieren, ist eine unerhörte Schande. Dass es die letzte Nacht und heute Morgen geschehen zu einem Brandanschlag auf die jüdische Gemeinde in der Brunnenstraße kam, erinnert mit Schrecken an den Terror der Nationalsozialisten. Wir sind als Politikerinnen und Politiker vielleicht mehr denn je gefordert, das Versprechen nie wieder. Kollege Hoffmann hat es angesprochen, mit Leben zu füllen. Auch ich werde darauf zu sprechen kommen. Wir dürfen nie wieder hinnehmen, dass die Ermordung von Jüdinnen und Juden öffentlich Zuspruch erhält. Nie wieder dürfen wir die Ideologie des Hasses wieder erlauben und öffentlichen Raum einzunehmen. Nie wieder heißt, dass wir nicht achselzuckend zusehen, wenn die Türen und die Haustüren jüdischer Bürgerinnen und Bürger mit Davidstern beschmiert werden. Nie wieder ist jetzt, meine Damen und Herren. Selbstverständlich dürfen Menschen öffentlich und friedlich ihre Solidarität mit den Palästinenserinnen und Palästinensern kunden. Selbstverständlich ist vor allem auch antisemitische Kundgebungen, die sich als vermeintliche Solidaritätsbekundungen mit den Palästinenserinnen und Palästinensern tarnen, werden konsequent durch die Behörden untersagt. Und das ist auch gut so. Dass der Staat nun endlich ein Betätigungsverbot gegen die Hamas implementiert, ist ein richtiger und wichtiger Schritt. Dass wir nicht bei der Hamas stehen bleiben, sondern auch Vorfeldorganisationen wie die leninistisch-marxistische Samidun, die eng verbandelt mit der Terrororganisation PFLP ist, verbieten werden, ist längst überfällig. Inzwischen hat auch Telegram reagiert und Hamas-nahe Gruppen gesperrt. Es darf also kein Zweifel darüber bestehen, dass die Sicherheit Israels und der Schutz jüdischen Lebens wirklich Staatsräson ist. Sehr geehrte Damen und Herren, im Kampf gegen Antisemitismus ist der zu wichtig, zu dringlich, zu zentral, um ihn parteipolitisch zu instrumentalisieren oder mit wirkungslosen Scheinlösungen zu hantieren. Wir verkürzen und relativieren die Herausforderungen durch den Antisemitismus, wenn wir ihn auf einen importierten Antisemitismus reduzieren. Wir haben reichlich hausgemachten Antisemitismus in Deutschland. Einen Antisemitismus, den es in Deutschland immer gab. Einen Antisemitismus, der unterstellt, Jüdinnen und Juden würden die Schoah zu ihrem Vorteil instrumentalisieren. Einen Antisemitismus, der über einen Schlussstrich unter die Auseinandersetzung mit deutschen Verbrechen fordert. Dieser Antisemitismus sitzt auch heute, und ich zeige jetzt bewusst hierhin, heute hier im Parlament, in Gestalt einer Partei, die das Gedenken an die ermordeten Jüdinnen und Juden als Zitat Mahnmal der Schande bezeichnet, als Schuldkultabdruck und die Opfer des Nationalsozialismus mit Begriffen verhöhnt, die ich an dieser Stelle aus Respekt vor den Opfern und dem Hohen Haus nicht zitieren möchte, meine Damen und Herren. Ja, es gibt Antisemitismus unter vielen Musliminnen und Muslimen und Menschen mit Migrationsgeschichte. Er ist sogar in Relation stärker ausgeprägt als im Rest der Bevölkerung. Ich bin mir dessen als Lehrerin und als Pädagogin, die mit Jugendlichen jahrelang dazu gearbeitet hat, schmerzlich bewusst. Im Kampf gegen Antisemitismus kommt es aber auch auf eine engagierte Zivilgesellschaft an. Insbesondere die Islamverbände tragen hier eine hohe Verantwortung. Wir brauchen sie als Verbündete im Kampf gegen Antisemitismus. Es ist daher ein wichtiges Zeichen, dass alle anwesenden Islamverbände gestern im Rahmen eines interfraktionellen Austausches mit allen demokratischen Fraktionen, zuvor übrigens auch geschehen in NRW, deutlich gemacht haben, dass sie jegliche Ja-Aber-Haltung gegenüber dem Terror der Hamas zurückweisen und die Glorifizierung des Terrors auf deutschen Straßen nicht akzeptieren. Immerhin. Allerdings waren einige Verbände nicht dabei. Und auch hier müssen wir uns ernsthaft fragen, ob das mit der Zusammenarbeit so wie bisher weiterlaufen kann. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist ein starkes Signal, dass wir in einer gemeinsamen Aktuellen Stunde von Koalition und Union hier zusammenkommen. Nie wieder muss die demokratischen Fraktionen in diesem Haus immer und ohne Abstriche gelten. Vielen Dank. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Antisemitismus in jeglicher Form, egal ob islamistisch, rechtsextremistisch oder linksextremistisch motiviert, ist inakzeptabel und muss mit aller Härte bekämpft werden. Wer das aber ernsthaft umsetzen will, der darf seine Augen vor der Realität nicht verschließen und der darf vor allem nicht aus ideologischen Gründen die völlig falschen sicherheitspolitischen Prioritäten setzen. Aber genau das haben Sie von den anderen Fraktionen alle, auch die CDU, CSU, in den letzten Jahrzehnten und vor allem dann ab 2015 getan. Sie haben sich ausschließlich auf den rechtsextremen Antisemitismus konzentriert und den durch Ihre verheerende Migrationspolitik erst verursachten, importierten islamistischen Antisemitismus einfach ausgeblendet. Schlimmer noch, Sie haben all jene, die ständig davor gewarnt haben, als Rassisten und Fremdenfeinde beschimpft. Und das Ergebnis Ihres Versagens sehen wir auf unseren Straßen. Schämen Sie sich alle! Es ist einfach unerträglich, wie in Deutschland als Reaktion auf den barbarischen Terrorakt der Hamas gegen Israel, der zweifelsohne aufgrund der exorbitant hohen Opferzahlen von über 1.400 Toten eine historische Zäsur darstellt, sich ein widerwärtiger islamistischer Judenhass bahnbricht. Und dass dieser Staat nicht in der Lage ist, einen solchen offen zur Schau gestellten Antisemitismus effektiv zu unterbinden, ist eine Bankrotterklärung. In Berlin kommen letzten Sonntag trotz Versammlungsverbot tausend Personen am Potsdamer Platz zusammen, um ihre Unterstützung für die Terrororganisation Hamas zu zelebrieren. Das ist völlig inakzeptabel und muss endlich konsequent unterbunden werden. Unsere Sicherheitsbehörden müssen ab sofort mit absoluter Nulltoleranz und maximaler Robustheit gegen solche Staatsfeinde vorgehen. Wer das brutale Abschlachten wehrloser Männer, Frauen und Kinder gutheißt, der hat in Deutschland nichts zu suchen und ist so schnell wie möglich abzuschieben. Dass die Ampelfraktionen diese alte AfD-Forderung jetzt übernehmen, ist ja für jeden erkennbar eine Reaktion auf ihre Wahldebakel in Bayern und in Hessen und damit hochgradig unglaubwürdig. Antisemitische Aufmärsche importierter Islamisten hat es doch nicht erst letzte Woche gegeben. Das gab es doch die letzten Jahre immer wieder. Auch damals haben sie harte Maßnahmen angekündigt. Und was ist passiert? Das sehen wir doch an der derzeitigen Lage so gut wie gar nichts. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. In Berlin sind Häuser jüdischer Mitbürger mit dem Davidstern beschmiert worden. Ein jüdischer Fußballklub in Berlin stellt aus Sicherheitsgründen den Spielbetrieb ein. Nach einem Gewaltaufruf der Hamas bleiben jüdische Schulen und Kitas geschlossen. Und in Deutschland im Jahr 2023 wird vor dem Tragen der Kippa in der Öffentlichkeit gewarnt. Diese untragbaren Zustände entlaufen ihre Bekenntnisse zu Israel und die von ihnen geforderte maximale Härte des Rechtsstaates als pure Heuchelei. Sie haben beim Schutz jüdischen Lebens in Deutschland versagt. Und trotzdem weigern sie sich auch heute wieder, die Hauptursache des Problems klar zu benennen. Und das ist und bleibt ihre desaströse Migrations- und Integrationspolitik, die im Übrigen nicht nur für jüdische Mitbürger, sondern für uns alle verheerende Folgen hat. Schauen Sie sich die Höchststände bei den Gewaltdelikten, bei den schweren Sexualstraftaten oder bei der Messerkriminalität an. Sie holen die Feinde unserer Gesellschaft in unser Land. Und das muss endlich beendet werden. Aber die Ampelkoalition ist dazu offensichtlich weder willens noch in der Lage. Solange Herr Nouripour von den Grünen und Frau Özoguz und Frau Buchholz von der SPD Ämter im Beirat der deutsch-palästinensischen Gesellschaft innehaben, die der antisemitischen BDS-Bewegung nahesteht, solange der Bundeskanzler Verbote islamistischer Organisationen nur ankündigt, anstatt sie sofort umzusetzen, und damit Islamisten warnt und Exekutivmaßnahmen erschwert, solange Grünenminister Özdemir die Bevölkerung auffordert, mehr Einsatz gegen Antisemitismus zu zeigen, während die Grünen die eigentlich zuständige Polizei schwächen, indem sie ihr ständig strukturellen Rassismus unterstellen, solange die Regierung Zehntausende Afghanen auf Staatskosten nach Deutschland einfliegt, deutsche Bürger aber für Evakuierungsmaßnahmen aus Israel pro Person 300 Euro zahlen müssen, Solange die Bundesinnenministerin lieber Sondierungsgespräche in Hessen führt, anstatt den Islamverbänden in unserem Land, die weder den islamistischen Terror noch die Solidaritätsbekundungen auf unseren Straßen klar verurteilt haben, endlich eine klare Ansage zu machen und sämtliche Fördergelder zu streichen, solange kann diese Ampelkoalition nicht glaubwürdig importierten islamistischen Antisemitismus bekämpfen und wird weiter versagen. Und deshalb ist eines klar, wer jüdisches Leben in Deutschland effektiv schützen und unser aller Sicherheit endlich wiederherstellen will, der muss diese Ampel politisch abschalten. Je schneller, desto besser. Nächster Redner ist der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz, der Kollege Benjamin Strasser. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit vergangenem Samstag erreichen uns unfassbare Bilder aus Israel. Unschuldige Männer, Frauen, Kinder werden hingerichtet, vergewaltigt, erniedrigt, gedemütigt. Darunter im Übrigen auch Überlebende der Shoah. 1.200 Menschen an einem einzigen Tag. Ich kann diese Bilder, glaube ich, gar nicht in Worte fassen. Und deswegen möchte ich an der Stelle auch an die Menschen denken, die von der Hamas in den Gazastreifen entführt worden sind. Darunter auch Shani Luke. Eine junge Frau mit deutschem und israelischem Pass, die Familie in meinem Wahlkreis in Ravensburg hat. Mir ist es ein Bedürfnis, an der Stelle den Familien zu versichern, wir sehen eure Verzweiflung, wir sehen euren Schmerz. Und deswegen wird die Bundesregierung alles Menschenmögliche tun, gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern in Israel, diese Menschen aus der Haft der Hamas zu befreien. Die Hamas trägt ihr einige Verantwortungen. Es darf keinen Zweifel geben, auf welcher Seite unser Land steht, an der Seite von Israel. Nicht nur, weil wir eine besondere Verantwortung für dieses Land haben, aufgrund unserer eigenen Geschichte. Nicht nur, weil Israel ein Wertepartner ist und die einzige parlamentarische Demokratie im Nahen Osten. sondern weil Israel das einzige Land auf der Welt ist, wo Judinnen und Juden sicher gehen können, dass sie geschützt werden, dass sie offen und frei ihre jüdische Identität leben können. Und dieser sichere Zufluchtsort, er ist massiv bedroht worden durch die Hamas. Deswegen lohnt es sich an der Stelle auch einmal selbstkritisch eine Analyse zu ziehen, wie es eigentlich um den sicheren Ort hier in Deutschland bestellt ist. Und die bittere Wahrheit ist, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht zu jeder Tageszeit und nicht immer geschützt sind. Deutschland ist kein sicherer Ort für jüdisches Leben. Angst ist ein Alltagsbegleiter für Jüdinnen und Juden in Deutschland seit vielen Jahren im Übrigen. Menschen, die sich nicht trauen, eine Kippa zu tragen. Menschen, die sich nicht trauen, offen einen Davidstern zu zeigen. Aber das, was wir jetzt erleben, seit den letzten Tagen, das sprengt jede Dimension von Antisemitismus in Deutschland. In Neukölln werden verbotene Versammlungen abgehalten, Süßigkeiten verteilt, um diese Gräueltaten der Hamas zu feiern. Antisemitische Parolen gerufen, wie Intifada bis zum Sieg. In Neukölln wurde ein Paar mit Feuerwerkskörpern beschossen, weil es Hebräisch gesprochen hat. In vielen Orten in Deutschland wurden Flaggen von Rathäusern, israelische Flaggen heruntergerissen, vernichtet, gar verbrannt. Auf Überreste der Berliner Mauer wurden Hakenkreuze geschmiert, sowie der Satz Kill Juden. In Berlin wurden Wohnungen jüdischer Mitbürger und Mitbürger mit Davidstern markiert, um sie zum Ziel von Antisemitismus zu machen. Und heute Nacht wurde in der Straße, in der ich lebe, hier in Berlin, in der Brunnenstraße, die Synagoge mit Molotow-Cocktails beworfen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss man das mal so deutlich sagen, es reicht. Es reicht. Trotz offenkundig vieler Bemühungen aller demokratischen Parteien in den letzten Jahren, trotz vieler Maßnahmen, ist es uns nicht gelungen, den Antisemitismus in Deutschland wirksam in die Schranken zu weisen. Deswegen ist für die Bundesregierung klar, wir wollen noch entschlossener handeln als in der Vergangenheit. Aber um das zu tun, muss man schon auch die Fehler der Vergangenheit. Frau von Storch, ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie am ruhigsten sind. Ihre Fraktion, die von Schuldkult spricht, die antisemitische Verschwörungstheorien hier an dieses Pult trägt, die soll in dieser Debatte ganz still sein, Frau von Storch. Klar ist, dass in der Vergangenheit zu oft über den Antisemitismus-Vorwurf als Seuchen debattiert worden ist und nicht über den Antisemitismus selber in unserem Land. Wir brauchen einen 360-Grad-Blick. Während deutsche Feuilletors in der Vergangenheit oft und gerne darüber philosophiert haben, ob es so etwas Israel-bezogenen Antisemitismus überhaupt gibt, fand er auf deutschen Straßen statt, liebe Freundinnen und Freunde. Und natürlich ist es so, dass es verfestigten Antisemitismus in muslimischen Communities in Deutschland gibt. Im Übrigen nicht erst seit dem Jahr 2015, sondern seit vielen Jahren. Und diese Analyse muss dazu führen, dass wir auch als Bundesregierung noch entschiedener und entschlossener gegen Antisemitismus vorgehen. Und das tun wir beispielsweise mit dem Bundesinnenministerium. Nach jahrelangen Debatten zu einem Hamas-Verbot, nach jahrelangen Debatten zu einem Verbot von Samidun handelt diese Regierung und hat diese Organisationen verboten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir gehen schon vor diesen Ausfällen jetzt an Staatsangehörigkeitsrecht ran und stellen auch rechtlich noch mal ganz klar, wer Antisemit ist, wird zukünftig nicht Deutscher werden können. Wir begrüßen es als Bundesregierung, dass auch die Länder entschlossener gegen verbotene Versammlungen vorgehen. Wir begrüßen es, dass die Länder den Schutz jüdischer Einrichtungen in den letzten Tagen erhöht haben. Aber lassen Sie mich zum Schluss auch noch mal sagen, der Instrumentenkasten des Strafrechts, er ist gefüllt. Wer Molotow-Cocktails auf Synagogen wirft, macht sich strafbar. Wer müdische Menschen angreift, weil sie jüdisch sind, macht sich strafbar. Wer offen die Hamas befeiert für ihre Taten in Israel, der macht sich in Deutschland strafbar. Und deswegen ist jetzt wenige Frage nach einer Reform des Strafgesetzbuches, sondern mehr die Frage, wie es tatsächlich auch zu Anklagen kommt, wenn wir feststellen, dass viele Jüdinnen und Juden in Deutschland Straftaten gar nicht mehr anzeigen, weil sie im Sande verlaufen. Und deswegen hat der Bundesjustizminister sehr frühzeitig jetzt auch das Gespräch mit den Länderkolleginnen und Kollegen aufgenommen, dass ganz klar ist, es kann nicht aus opfernden Initiativen solche Straftaten eingestellt werden, sondern was beweisbar ist, was nachweisbar ist an antisemitische Straftaten, muss auch konsequent angeklagt werden. Es gebe noch viel zu berichten an Maßnahmen, die wir ergreifen werden. Und ich glaube, die Bundesfamilienministerin wird dazu auch noch ausführen. Mir ist zum Schluss aber eine Botschaft wichtig. Es gibt ein wunderbares jüdisches Lied, das man an Pessach singt. Vehi She Amda. Und in diesem Lied, Vehi She Amda, geht es darum, dass Jüdinnen und Juden über alle Jahrhunderte unserer Menschheitsgeschichte verfolgt werden. Dass es in allen Jahrhunderten unserer Menschheitsgeschichte Gruppen gab, die versucht haben, jüdisches Leben zu vernichten. Und selbst in größter Zeit der Bedrohung und Bedrängnis hat Gott seine schützende Hand über Jüdinnen und Juden gehalten. Und auch jetzt werden Jüdinnen und Juden weltweit und hier in Deutschland dieser Bedrohung trotzen. Aber es soll klar sein, dass sie nicht alleine sind. Wir stellen uns als nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft an ihre Seite. Wir wollen, dass jüdisches Leben in Deutschland wieder möglich wird, dass jüdisches Leben sichtbarer wird. Und deswegen gilt, dass wir mit neuer Entschlossenheit diese großen Herausforderungen, die vor uns liegen, angehen. Und da bitte ich Sie auch als Parlament um Ihre Unterstützung. Vielen herzlichen Dank. Benjamin Strasser war das hier in der aktuellen Stunde, die auf Grund oder auf Bitten von SPD, Bündnis 90, den Grünen, FDP und der Union einberufen wurde. Sie sehen es, wir erwarten in Kürze ein Statement vom US-Präsident Joe Biden, der sich noch in Israel aufhält. Da werden wir natürlich live raufgehen. Nun spricht aber Petra Pau. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Besucherinnen und Besucher. Heute, vor 82 Jahren, begann die Deportation der Berliner Jüdinnen und Juden in den Tod. Seit vielen Jahren erinnern wir am Gleis 17 im Grunewald unter der Überschrift Nie wieder. In keinem Jahr ging es mir so schlecht auf dem Weg zu dieser Veranstaltung wie heute Mittag. Nie wieder. Wir sprachen vor Beginn der Veranstaltung mit Teilnehmenden darüber über das Schon-Wieder. In der Bundesrepublik wurden seit dem antisemitischen Pogrom am 7. Oktober 202 antisemitische Vorfälle durch den Bundesverband Rias registriert. Das ist ein Zuwachs von 240 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Was heißt das? Wohnungen von Jüdinnen und Juden wurden markiert. Jüdische Schulkinder und Sportlerinnen bleiben zu Hause. Aus Solidarität... Und wir geben rüber zu Joe Biden, dem US-Präsidenten in Israel. Und hier im Deutschen Bundestag ist immer noch die aktuelle Stunde zum Thema Verherrlichung von Terror unter Binnen, Antisemitismus bekämpfen. Und die Bundesfamilienministerin hat gerade das Wort ergriffen, Lisa Paus. Und deshalb ist es richtig, dass die Außenministerin Annalena Baerbock, dass Bundeskanzler Olaf Scholz unmittelbar auch vor Ort gezeigt haben, dass sie Israels Recht auf Selbstverteidigung unterstützen. Und deshalb ist es auch richtig, dass es verboten ist, Symbole der Terrororganisation Hamas zu zeigen und ihre Untaten damit zu feiern. Das ist nach deutschem Recht eine Straftat, und das muss entsprechend durchgesetzt werden. Und deswegen ist es eben insgesamt so wichtig, dass wir das klare Signal senden. Wir stehen auch an der Seite der Jüdinnen und Juden in Deutschland. Wir tun alles, was wir können, für ihre Sicherheit. Wir fühlen mit denjenigen, die Angehörige verloren haben. Die Bundesregierung wird auch alles Mögliche tun, damit verschleppte Angehörige wieder freikommen. Ich bin froh, dass wir exzellente Expertinnen und Experten für Antisemitismusprävention haben, denn die aktuelle Situation zeigt, wie wichtig das ist. Im Rahmen unseres Bundesprogramms Demokratie leben fördern wir seit 2020 KOMPASS, also dieses Kompetenznetzwerk gegen Antisemitismus. Es stellt fachliche Beratung bereit, und es transferiert erfolgreiche Präventionsansätze in kommunale Strukturen. Denn antisemitische und israelfeindliche Einstellungen, sie nehmen in Deutschland zu. Und es gibt nicht nur den einen Antisemitismus. Es gibt Verschwörungsdenken mit Kapitalismus oder impfkritischer Ummäntelung. Es gibt israelbezogenen Antisemitismus. Es gibt tradierte Negativbilder von den Juden oder die Verleugnung der nationalsozialistischen Jugendverfolgung. Tätliche Übergriffe auf Judinnen und Juden werden häufiger. Und auch Fachkräfte der Jugend- und Bildungsarbeit sind in ihrer täglichen Arbeit zunehmend mit verschiedenen Formen von Antisemitismus konfrontiert. Häufig hört man jetzt gerade in diesen Tagen die These, der Anstieg an Antisemitismus sei importiert. Die Folge von Zuwanderung aus größtenteils muslimischen Ländern, in denen Antisemitismus weit verbreitet sei. Der Sachverständigenrat für Integration und Migration kam im Jahr 2022 zu dem Schluss, dass insbesondere der israelbezogene Antisemitismus ja unter Menschen mit Migrationsgeschichte stärker verbreitet ist. Und hier insbesondere bei türkischstämmigen und arabischstämmigen Menschen. Es ist allerdings ein Irrglaube, Antisemitismus gäbe es nur in migrantischen Communities. Die Mitte-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigen deutlich, dass israelbezogene Antisemitismus in vielen gesellschaftlichen Gruppen weit verbreitet ist. Es ist wirklich schwer auszuhalten. Es ist wirklich schwer auszuhalten. Ich sage ja nur, es ist schwer auszuhalten. Jetzt diese Rufe aus Ihren Ecken, wo wir ja wissen, dass wir mehrmals Zeugen sein mussten, dass ein Herr Gauland die Geschichte einen Vogelschiss genannt hat. Und ich könnte jetzt zig weitere Beispiele nennen. Von daher wäre es wirklich gut in diesen Zeiten etwas mehr Ruhe auf der rechten Seite hier in diesem Hause. Prävention gegen Antisemitismus ist wichtig. Und deshalb gibt es das Programm Demokratie leben. Im Rahmen des Programms Demokratie leben werden in allen 16 Bundesländern Landesdemokratiezentren gefördert, die die Beratung von Betroffenen rassistischer und antisemitischer Gewalt unterstützen. Es gibt 350 lokale Partnerschaften für Demokratie. Und erstmals hat die Bundesregierung im November 2022 eine nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben vorgelegt. Etwa ein Drittel unserer Modellprojekte adressieren Fragen des jüdisch-muslimischen Dialogs. Das Projekt Sichtbar Handeln bietet Fachkräften in Jugend- und Bildungsarbeit ein Lern- und Diskursangebot zum Wirken gegen Antisemitismus und Israelfeindschaft. Und dieses Programm stößt auf sehr großes Interesse. Die Bundeszentrale für politische Bildung vermittelt Medienkompetenz, um Verschwörungserzählungen zu entlarven und Gegenargumente zu trainieren. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und der Vorsitzende der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem haben gerade eine Kooperationserklärung zur Fortbildung der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes unterzeichnet. Und im Rahmen des Bundesprogramms Jugend erinnert fördert man Hausfahrten von Jugendgruppen an Städten der NS-Massenvernichtung und den deutsch-israelischen Jugendaustausch. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, aus Gesprächen mit PraktikerInnen weiß ich, gerade durch empathische Gespräche mit biografischen Bezügen gelingt es häufig, Feindbilder aufzubrechen. Und deswegen brauchen wir mehr von diesem Programm und nicht weniger. Und deshalb, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns auch ganz praktische Schlüsse aus der Solidarität mit Israel und dem wachsenden Antisemitismus ziehen. Ein wichtiger weiterer Baustein wäre die Verabschiedung des Demokratiefördergesetzes in diesem Hause. Lisa Paus war das, die Bundesfamilienministerin. Währenddessen macht sich hier übrigens Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auf, denn heute findet jetzt um 16.30 Uhr das sogenannte Sicherheitskabinett statt. Über die Nahostlage soll es beraten. Dazu hat Bundeskanzler Olaf Scholz einige Ministerinnen und Minister eingeladen. Hier geht es weiter in der Aktuellen Stunde mit Stefan Thomae für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Am 7. Oktober begann aus dem Gaza-Streifen heraus der Angriff der Hamas auf Israel. Die Bilder, die Nachrichten über barbarische, menschenverachtende Verbrechen haben uns alle in Schock und in Wut versetzt. Israel steht den Menschen in Deutschland ganz besonders nahe. Für uns verbindet ein ganz besonderes Band. Der Angriff auf Israel mit Tausenden von Bomben, die grausame Mordung von unschuldigen Frauen, Kindern, sogar Babys, die Entführungen und Verschleppungen, der Missbrauch von Zivilisten als Geiseln, als menschliche Schutzschilde, das Massaker an jungen Menschen, die einfach nur ein Musikfestival besuchen wollten, die Auslöschung von Menschenleben jüdischer Konfession, all das weckt Erinnerungen an die dunkelsten Stunden unserer eigenen Geschichte. Es ist deshalb nicht zu ertragen, dass Menschen diese Verbrechen auf deutschen Straßen mit Freuden feiern, bejubeln, meine Damen und Herren. Dieses schändliche Verhalten muss nicht nur gesellschaftlich und politisch auf das Schärfste missbilligt werden, es muss auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Wir dürfen Antisemitismus und Extremismus keinen Zentimeter Raum lassen in unserem Land, meine Damen und Herren. Unsere Rechtsordnung hat Antworten, wenn jemand terroristische Vereinigungen unterstützt oder jemand einen kriegerischen Angriff öffentlich in eine Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften oder in einer Weise missbilligt, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Wer das tut, verhält sich nicht nur abscheulich, sondern der macht sich nach dem Strafgesetzbuch einer strafbaren Handlung schuldig. Und deshalb erwarte ich auch von den Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, dass ihre Sinne schärfen und ganz genau hinschauen. Alle pro-palästinischen Versammlungen müssen jetzt konsequent verboten oder aufgelöst werden, wenn anzunehmen ist, dass sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung stören und gefährden, meine Damen und Herren. Und wenn Straftaten begangen worden sind, dann werden die Strafverfolgungsbehörden, die Staatsanwaltschaften und Gerichte auch den Strafrahmen ausschöpfen. Denn es handelt sich nicht um Bagatellen. Terror, Mord und Verschleppung zu feiern, das ist keine Kleinigkeit, sondern es ist eine gravierende Straftat, die entsprechend geahndet werden muss. Und hier muss der Rechtsstaat eine unmissverständliche Sprache sprechen, dass sie solches Verhalten rechtlich nicht dulden. Denn wenn das Kriegsgeschehen im Nahen Osten andauert, dann ist auch anzunehmen, dass sie die Auseinandersetzungen auf deutschen Straßen häufen und vermutlich auch verschärfen werden. Und das Strafrecht muss sich aus einem generalpräventiven Charakter entfalten, denn durch eine konsequente Ahndung sollen auch andere Menschen davon abgehalten werden, solche Straftaten zu verüben. Und deswegen muss die Antwort des Strafrechts eindeutig sein, meine Damen und Herren. Und gegebenenfalls müssen strafreiche Beurteilungen dann auch aufenthaltsbeendende Maßnahmen nach sich ziehen können. Toleranz wäre hier absolut fehl am Platz. Es muss klar sein, wer Straftaten begeht, der muss auch damit rechnen, dass ihm sein Aufenthaltsstatus entzogen und ergeblich ausgewiesen und abgeschoben wird. Und schließlich sind auch vereinsrechtliche Maßnahmen zu prüfen und anzuwenden. Wer Geld sammelt, um damit Terroristen zu finanzieren und zu unterstützen, der muss mit einem Betätigungs- und Vereinsverbot rechnen und mit der Entziehung seines Vereinsvermögens. Wir müssen auch die Spur des Geldes mehr in den Blick nehmen. Und deshalb bin ich dem Bundesfinanzminister sehr dankbar, dass er die Verfolgung von Geldwäsche intensivieren wird. Die finanzielle Unterstützung islamistischer Terrornetzwerke, Geld, das in Deutschland gesammelt und gewaschen wird, das muss beendet werden, meine Damen und Herren. Wir müssen Antisemitismus mit allen Mitteln bekämpfen, mit den Mitteln des Versammlungsrechts, den Mitteln des Strafrechts, den Mitteln des Vereinsrechts, den Mitteln der Geldwäschebekämpfung, mit den Mitteln des Aufenthaltsrechts. Denn für Antisemitismus ist in diesem Land kein Platz. Ich danke Ihnen. Stefan Thomae war das hier für die Liberalen. Nächste Sprecherin ist Sonja Eichwehr, der rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion! Die terroristischen Angriffe der Hamas auf Israel sind vollumfänglich zu verurteilen. Sie sind eine in Israel nie dagewesene Form von Terror und Gewalt, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Die Ermordung von unschuldigen Zivilisten und die Verschleppung von Geiseln verstößt gegen jegliche Grundsätze der Menschlichkeit und Humanität. Diese Taten sind schwerste Straftaten und Menschenrechtsverletzungen. Die Terrortaten der Hamas zielen auf die Auslöschung von Israel. Dahinter steckt antisemitisches Gedankengut. Das ist antisemitischer Terror. Die Existenz des Staates Israel und die Unterstützung seiner legitimen Sicherheitsinteressen sind für uns nicht verhandelbar. Und genau deswegen müssen wir klar benennen, wer in Deutschland schwerste Verbrechen wie Mord, Totschlag und Geiselnahmen öffentlich oder in einer Versammlung belicht, begeht eine Straftat. Wer vor dem Hintergrund der fürchterlichen Angriffe der Hamas Widerstand gegen Israel feiert, feiert antisemitischen Terror. Wer die Taten der Hamas zum Anlass nimmt, um gegen in Deutschland lebende Juden zu hetzen, macht sich wegen Volksverhetzung strafbar. Derartige Äußerungen der Öffentlichkeit dürfen nicht folgenlos bleiben. Wenn antisemitischer Terror gefeiert wird, wenn Straftaten gegen Jüdinnen und Juden begangen werden, schafft das ein Klima der Angst für Jüdinnen und Juden in unserem Land, das wir nicht hinnehmen dürfen, das wir nicht in Kauf nehmen dürfen. Der deutsche Staat muss Jüdinnen und Juden, muss jüdisches Leben ganz besonders schützen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Das ist gerade vor den Ereignissen der letzten Tage und der letzten Nacht noch einmal besonders deutlich geworden. In der angespannten Lage, in der wir uns jetzt befinden, haben die Sicherheitsbehörden deshalb auch die Aufgabe, das öffentliche Belegen von antisemitischem Terror zu unterbinden. Dafür ist es möglich, Versammlungen zu verbieten, wenn nach der Gefahrenprognose Anhaltspunkte für entsprechende Straftaten vorliegen. Das war, es wurde darauf hingewiesen, in den letzten Tagen vielerorts in der Fall. Und deshalb wurden Versammlungen und Demonstrationen verboten und diese Verbote auch gerichtlich bestätigt. Ich bin froh, dass die Behörden in Deutschland so gehandelt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stellen uns klar gegen Antisemitismus. Wir stehen zu unserer besonderen historischen Verantwortung, gerade eben in Deutschland. Es kann keinen von uns unberührt lassen, wenn es heute nach diesen grausamen Terrorakten in Israel heißt, never again is now, nie wieder ist jetzt. Wir stehen an der Seite Israels und wir stehen eben auch an der Seite der Jüdinnen und Juden in unserem Land. Und deshalb müssen wir mit unseren Sicherheitsbehörden, mit unseren Gerichten konsequent reagieren, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und dabei müssen wir, wenn wir über Antisemitismus sprechen, auch darüber sprechen, dass Antisemitismus in unserer Gesellschaft noch viel zu weit verbreitet ist. Ja, auch in muslimischen Gemeinden. Aber wir müssen auch darauf hinweisen, dass 82 Prozent der antisemitischen Delikte bei uns in Deutschland von Menschen mit rechtsextremem Hintergrund begangen werden. Wir brauchen mehr präventive Maßnahmen, wir brauchen klare rechtliche Regelungen und wir brauchen eine konsequente Strafverfolgung. Diese Taten sind nicht hinnehmbar, sie sind von niemandem hinnehmbar. Und es ist bezeichnend, dass gerade Sie jetzt hier reinrufen. Und nachdem es in dieser Debatte auch angeklungen hat, wir dürfen auch nicht zulassen, dass gerade in dieser Situation ein Generalverdacht gegen Musliminnen und Muslime besteht. Das hat unter anderem mein jüdischer Großonkel mir als kleines Kind mit auf den Weg gegeben. Generalverdachte sind im Zusammenhang mit eben gerade diesem Thema unmöglich. Die allermeisten Musliminnen und Muslime stellen sich gegen den Terror der Hamas und machen deutlich, dass der Islam damit nichts zu tun hat. Und schließlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass der Terror nicht zuletzt auch die Menschen in Gaza, die von der Hamas als menschliche Schutzschilder missbraucht werden, gerade eben auch sehr trifft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unter keinen Umständen dürfen wir Terror, Mord und Gewalt auf unseren Straßen feiern lassen. Unter keinen Umständen darf Antisemitismus in Deutschland geduldet werden. Hier muss unser Rechtsstaat klar reagieren. Nie wieder ist jetzt. Vielen Dank. Sonja Eichwede war das für die SPD-Fraktion. Nächster Redner ist nun Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion hier im Deutschen Bundestag. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zu Beginn eine Vorabbemerkung machen. Wir haben hier eine aktuelle Stunde des Deutschen Bundestages, in der drei Mitglieder der Bundesregierung, drei Vertreter der Bundesregierung, für insgesamt 27 Minuten das Wort ergriffen haben. Da muss jede Fraktion für sich entscheiden, ob sie das richtig und gut findet. Ich finde das komisch, dass hier immer alle drei Regierungsfraktionen auftreten müssen. Ich hätte mir gewünscht, wenn man 27 Minuten Redezeit hat, dass man ein bisschen mehr sagt, als das, was wir alles schon wissen. Das hat mich ein wenig enttäuscht. Das als Vorbemerkung. Ich finde es, wie alle hier im Saal, völlig unerträglich, was wir in den letzten Tagen auf Deutschlands Straßen erlebt haben. Es ist nicht nur Antisemitismus, Antizionismus, sondern es ist auch eine Art des Umgangs mit Tod und Gewalt, der unserer Kultur nicht entspricht. Wenn ein Soldat oder ein Polizist gezwungen ist in Deutschland, einen Menschen zu töten, weil er den unmittelbaren Zwang anwenden muss, dann bedarf er psychologischer Betreuung. Er hat sein ganzes Leben lang daran zu tragen, dass er einen anderen Menschen aus gerechtfertigten Gründen umbringen musste. Kein Mensch unseres Kulturkreises würde auf die Straße gehen und Zückerchen verteilen, weil andere Menschen gestorben sind, selbst wenn man sie als Feinde oder als Gegner betrachtet. Das zeigt den tiefen Riss, den wir bei dem Verständnis der Frage, was Leben wert ist und was auch das Leben des Feindes in Anführungsstrichen wert ist, der durch unsere Gesellschaft geht. Das offenbart eine Lücke, die ich für so groß nicht erwartet hatte und die uns noch für größere Aufgaben stellt, als wir das bisher erfasst haben. Wir haben in Deutschland Antisemitismus schon gehabt, lange bevor eine große Zahl von Flüchtlingen aus der islamischen Welt zu uns kam. Wir halten Altnazis, die auch ihren Weg in die neue deutsche Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, auch in die Parteien, gefunden hatten. Wir haben einen linken Antisemitismus und Antizionismus gehabt. Ich erinnere mich an Frau Inge Höger, die als damalige linken Bundestagsabgeordnete mit T-Shirts durch Wuppertal lief, wo die Landkarte des Nahen Ostens ohne Israel drauf war. Es war ein weiter Weg für die linke Fraktion zu der Rede von Frau Pau heute, die gänzlich anders klingt als das, was wir damals erleben mussten. Und die linke Fraktion hat ja auch am vergangenen Donnerstag hier zugestimmt. Wir haben weiterhin einen rechten Antisemitismus, der hier repräsentiert wird von politischen Kräften in Deutschland. Und wir haben natürlich einen Antisemitismus, der durch Menschen mit Zuwanderung aus der islamischen Welt zu uns gekommen ist. Daran hilft auch nicht der Aufbau einer Brandmauer. Ich finde diesen Begriff der Brandmauer im Blick auf Antisemitismus ebenso falsch wie im Blick auf Rechtsradikalismus. Brandmauer bedeutet ja die Abschottung. Das Biotop auf der anderen Seite der Brandmauer kann sich ungehindert weiter verbreiten. Wir müssen ja mehr, jetzt für diejenigen, die Physik in der Schule hatten, aufgepasst, semipermeable Membran, also eine Schicht haben, in der einerseits es möglich ist, dass Menschen aus diesem extremen Camp zurückkommen in die Mitte, eine Membran, durch die auch der Austausch der Argumente möglich ist, aber die verhindert, dass Menschen aus dem demokratischen Zentrum in diese Radikalität abwandern. Und deswegen müssen wir uns mit den Ursachen für Antisemitismus wie mit den Ursachen für Rechtsextremismus viel intensivner und viel offener auseinandersetzen, als wir das bisher tun, auch mit den Argumenten, die die Menschen beschwert, oder auch mit der Unwissenheit, die dort entsprechend herrscht und bei manchen eben auch dazu führt. Wir müssen viel mehr tun in der Bildungsarbeit, aber wir müssen auch ein klares Bekenntnis einfordern von denjenigen, die bei uns Bildungsarbeit machen, die bei uns in Kirchen und Religionsgemeinschaften, zum Beispiel der islamischen Welt, arbeiten. Ich finde es gut, dass DITIB in Deutschland dieses, wie ich finde, israelfeindrische Gebet, was für vergangenen Freitag in den Moscheen vorgesehen war, nicht angewendet hat, sondern dass DITIB in Deutschland gesagt hat, das predigen wir hier nicht. Der Vorschlag kam von der türkischen Religionsbehörde. Die türkische Religionsbehörde, die meines Erachtens in einen zu großen Einfluss auch auf deutsche islamische Religionsgemeinschaften in Deutschland auswirkt. Und ich möchte zum Schluss noch schnell sagen, dass ich auch diese feinsinnige Unterscheidung zwischen es ist ja nur gegen Israel gerichtet und nicht gegen die Juden nicht akzeptieren kann. Wir hatten 2014 in Wuppertal einen Brandanschlag auf die Synagoge. Die jungen Männer sind davon gekommen, weil der Richter der Meinung war, es sei ja nur gegen Israel gerichtet gewesen und nicht eindeutig antisemitisch. Ja, wie kann denn eigentlich ein Brandanschlag auf ein deutsches, jüdisches Gotteshaus als Symbol des Kampfes gegen Israel verstanden werden, wenn doch diese Juden in Deutschland im Zweifel mit Israel gar nichts zu tun haben? Das ist eine feinsinnige Unterscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann. Wer gegen Israel in Deutschland ist und Israel bekämpft, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, damit auch antisemitisch zu sein. In diesem Sinne möchte ich meinen Redebeitrag beenden. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat nun das Wort Marlene Schödenberger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen, 1938 trafen sich die wichtigsten Industrienationen in Evian im Osten Frankreichs zu einer Konferenz. Thema die jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich. Das Ergebnis? Fast niemand wollte sie aufnehmen. Die Staatengemeinschaft versagte, als Jüdinnen und Juden Schutz brauchten. Man sah nicht den Ernst des nationalsozialistischen Vernichtungsantisemitismus. Evian steht sinnbildlich für Ausweglosigkeit. Ausweglosigkeit ist auch das Gefühl, über das viele Jüdinnen und Juden jetzt widersprechen. Vor 70 Jahren wurden Jüdinnen und Juden industriell vernichtet und kein Staat kämpfte für ihren Schutz. Erst seit 1948 gibt es einen Staat, der Jüdinnen und Juden für Antisemitismus Sicherheit bietet. Diese Sicherheit hat die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober grausam infrage gestellt. In einer Zeit, in der Antisemitismus global immer gewaltvoller auftritt. In einer Zeit, in der viele Jüdinnen und Juden bereits nach Israel geflüchtet sind oder mit dem Gedanken spielen, das zu tun. Warum musste die Weltgemeinschaft erst schreckliche Massaker, Vergewaltigungen und Verschleppungen sehen, um zu begreifen, dass die Hamas ihre Vision von einer Vernichtung des jüdischen Lebens auch umsetzen wird? Liebe Kolleginnen, im Kampf gegen den globalen Antisemitismus haben wir in den letzten Jahrzehnten versagt. Dieser Kampf wurde auch dadurch ausgebremst, dass viele immer nur den Antisemitismus der anderen gesehen haben. Wer sich angesichts antisemitischer Kunstwerke auf der Dokumenta noch als Verteidiger von Jüdinnen und Juden inszenierte, der wollte plötzlich keinerlei Antisemitismus mehr sehen, als im Schulranzen eines Politikers ein Flugblatt auftauchte, das die Schoah glorifiziert. Aus der politischen Linken hören wir, dass der Antisemitismus eine rechte Ideologie wäre. Aus der politischen Rechten hören wir, dass es nur noch Linke und Musliminnen wären, die Antisemitismus verbreiten würden. Und die angebliche Mitte der Gesellschaft behauptet, ganz und gar frei von Antisemitismus zu sein. Wer so agiert, der hat den Antisemitismus nicht begriffen. Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Man kann ihn nicht abschieben. Jeder Antisemitismus in muslimischen Communities, in der vermeintlichen Mitte der Gesellschaft, in der Rechten, in der Linken, jeder Antisemitismus ist potenziell tödlich. Nur wenn man das begreift, kann man ihn auch bekämpfen. Und wer es ernst meint, der verwehrt sich gegen jeden Versuch, den Kampf gegen Antisemitismus für eine rassistische Agenda zu missbrauchen. An alle Demokratinnen möchte ich appellieren. Es ist an der Zeit, die Betroffenen von Antisemitismus ernst zu nehmen, anstatt ihnen zu unterstellen, zu empfindlich zu sein. Es ist an der Zeit, dass wir über Antisemitismus nicht erst sprechen, wenn Molotow-Cocktails auf jüdische Einrichtungen geworfen werden, wenn jüdische Kinder nicht mehr zur Schule gehen können oder wenn Häuser mit Davidsternen markiert werden. Es ist an der Zeit, dass wir aufhören mit ausgelutschten Floskeln. Die traurige Wahrheit ist, Antisemitismus hat hier sehr wohl Platz und der wird immer größer. Benennen wir diese Kontinuitäten und stellen wir uns allen Antisemitinnen entschieden entgegen. In der vergangenen Woche haben wir gemeinsam einen wichtigen Antrag beschlossen. Doch die Wahrheit ist, vieles, was wir jetzt endlich verabschiedet haben, lag seit Jahren auf dem Tisch. Forderungen wurden abgetan und ignoriert, bis es nicht mehr anders ging. Nach Halle hatten wir versprochen, dass wir jetzt keine Zeit mehr verlieren. Doch schnell wurden Maßnahmen gegen Antisemitismus wieder ein Randthema. Wir haben Anteil, das sich ein Gefühl der Ausweglosigkeit breitmacht. Denken wir an Evillon. Ziehen wir die richtigen Schlüsse, seien wir entschieden und nicht halbherzig. Das bedeutet, dass wir die Solidarität mit Israel genauso klar machen und ernst nehmen, wie unseren Kampf gegen den grassierenden Antisemitismus in Deutschland. Vielen Dank. Marlene Schönberger war das für die Grünen. Für die FDP-Fraktion spricht nun Sandra Bogendorfer. Bogendorfer-Licht, die religionspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn in diesem Land Israel-Flacken öffentlich verbrannt werden und Gruppierungen wie Samidun und andere in Berlin-Neukölln die bestialischen Bilder des Mordens und Abschlachtens aus den Grenzgebieten frenetisch bejubeln und wie vergangene Nacht unter dem Deckmantel von mahnwachen Polizisten angreifen, dann sind wir in Deutschland schon längst über einen Punkt des Akzeptablen hinaus. Wenn in diesem Land jüdische Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Begegnungsstätten schließen müssen, weil deren Sicherheit nicht gewährleistet ist, dann sind wir in Deutschland schon längst über einen Punkt des Akzeptablen hinaus. Wenn in diesem Land Wohnungen von jüdischen Familien mit dem Davidstern markiert werden, wie in diesem Land zu den dunkelsten Zeiten bereits schon einmal geschehen, dann sind wir in Deutschland schon ganz weit über den Punkt des Akzeptablen hinaus. Hier müssen wir als Gesellschaft, Politik und ganz besonders als Rechtsstaat eine klare rote Linie ziehen und wir müssen bekräftigen, dass was passiert ist, liegt bereits weit hinter dieser roten Linie. Die dafür verantwortlichen Personen, die diese unfassbaren Taten begangen haben, sind sich genauestens darüber bewusst, welche geschichtlichen Erinnerungen, Gedanken und Empfindungen solche Schmierereien an der eigenen Eingangstür bei jüdischen Familien hervorrufen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, diese Bilder vom Wochenende haben sich wirklich nachhaltig in mein Gedächtnis eingebrannt. Es macht mich unfassbar traurig und aber auch wütend zugleich, dass Menschen, die in diesem Land leben und die Vorzüge von Versammlungsfreiheit, einer demokratischen Gesellschaft und individueller Freiheit in Anspruch nehmen dürfen, zu solchen abgrundtief zu verabscheuenden Taten überhaupt fähig sind. Viel zu lange waren wir zu tolerant gegenüber Intoleranz. Wir haben uns ganz besonders auch in der Deutschen Islamkonferenz sowie in der Frage über Parallelgesellschaften von zu vielen warmen Worten blenden lassen und auch besonders dem Einfluss von ausländischen Interessen und Regierungen ein zu großes Einfallstor geboten. Und wir müssen zukünftig massivst darauf hinwirken, dass wir ein Paradigmenwechsel in der muslimischen Religionspolitik, die in meinen Augen auch ganz klar Gesellschaftspolitik ist, vollziehen. Die Deutsche Islamkonferenz muss dringendst auf den Prüfstand. So lange hat man sich dort nett und oberflächlich unterhalten, jedoch stets den Fokus auf die sogenannten großen Verbände wie DITIB, dem Islamrat oder die IGMG gelegt, womit man sich nicht förderlich in das innermuslimische Spektrum eingemischt hat. Und dies ging zugunsten von wirklich problematischen Akteuren. Wie diese Verbände es in Gänze verpasst haben, den Terror der Hamas als solchen und die Hamas als Terrororganisation zu benennen, ist nicht hinnehmbar und hat mich zutiefst enttäuscht. Und daher darf der Fokus nicht nur auf diese Verbände gerichtet sein. Der größte Teil der muslimischen Menschen in unserem Land ist nicht in einer Verbandsstruktur organisiert. Wir müssen es schaffen, im Dialog auch die gesamte Bandbreite des muslimischen Spektrums im konstruktiv-kritischen Dialog mit den sogenannten großen Verbänden zu bringen. Und eine Sondersitzung einer auch wirklich breit gefächerten deutschen Islamkonferenz ist deshalb unabdingbar. Denn es ist die Verantwortung von uns allen, aber besonders auch der Religionsgemeinschaften in Deutschland, dass in Moscheen, Koranschulen und Gemeinden dieser widerwärtige Hass unterbunden und bekämpft wird. Und dabei muss ein Islam deutscher und europäischer Prägung unser gemeinsames Ziel sein. Und auf diesem Weg müssen wir es jetzt uns alle gemeinsam machen. Herzlichen Dank. Und wir sind in vielen Reden dem Entsetzen Ausdruck verliehen worden, das uns befällt beim Anblick der Bilder aus Israel und der Brutalität dort. Der Hass, was Menschen einander anzutunbereit sind, lässt uns fast fragen, ob es so etwas wie Fortschritt überhaupt gibt, ob unsere Anstrengungen für ein friedliches Miteinander in der Welt am Ende vergeblich sind. Doch Krisen führen auch zusammen. Freundschaft, Solidarität, Zusagen wie das Existenzrecht Israels ist eine deutsche Staatssitzung. Sie müssen sich beweisen, wenn es ernst ist. Und das ist der Fall. Ich danke dem Bundeskanzler, dass er dies nicht nur hier im Haus, sondern mit seinem Besuch in Israel so deutlich zum Ausdruck gebracht hat. Wir stehen an der Seite Israels. Das gilt. Und ich danke auch für den Einsatz für humanitäre Hilfe. Konkret für Wasser, Nahrung, Medikamente. Demokratien haben eine gemeinsame Basis, die Menschenwürde. Das Leben jedes und jeder Einzelnen zählt. Wir müssen alles daran setzen, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern. Zusammen ist auch das Stichwort für die Situation hier in Deutschland. Wir haben nicht nur eine besondere Verbundenheit mit Israel, sondern wir haben auch eine besondere Verantwortung für die Menschen jüdischen Glaubens in unserem Land. Und dieses Wir sind nicht nur wir Politiker oder die Sicherheitsbehörden, sondern es sind wirklich wir alle in unserem Land. Alle haben ein Recht auf Sicherheit. Alle sollen ohne Angst zur Schule, zur Arbeit oder in ihre Gotteshäuser gehen können. Und das muss tatsächlich auch jedem in Deutschland klar sein. Und auch jedem, der Deutschland zu seiner Heimat machen will. Was wir aktuell sehen an Bildern von Versammlungen mitten auf unseren Straßen, von den Auseinandersetzungen mit der Polizei im Berliner Brunnenviertel, das ist zutiefst beschämend. Und unsere Haltung und Antwort muss unmissverständlich sein. Wir müssen konsequent handeln auf allen politischen Ebenen, Bund, Länder, die Behörden vor Ort. Null Toleranz für Antisemitismus. Aber was wir jetzt auf den Straßen erleben und was da sichtbar wird, das ist ja schon vorher in den Köpfen und Herzen dieser Menschen. Und deswegen dürfen wir die Diskussion auch nicht einseitig nur auf die Repression lenken, sondern wir müssen darüber reden, wie wir diese Köpfe und Herzen der Menschen besser erreichen, als uns das in der Vergangenheit gelungen ist. Berlin ist ein Schwerpunkt. Und in Berlin gehen Shai Hoffmann, Sohn israelischer Eltern und Johanna Hassoun als Kind palästinensischer Flüchtlinge nach Berlin gekommen. Sie gehen gemeinsam in Schulen. Dort bieten sie Fortbildungen an. Sie gehen in den Austausch mit Schülerinnen und Schülern. Shai Hoffmann und Johanna Hassoun sind Demokratiearbeiter. Und wir müssen solche Demokratiearbeit besser unterstützen. Es geht nicht nur um Repression. Es geht um Prävention. Und deswegen ist das Demokratiefördergesetz eine wichtige Antwort. Und nur ein kleiner Kommentar in Richtung der Kollegen der Union. Sie haben das in der letzten Wahlperiode angehalten, weil sie an dieser Stelle leider eine Leerstelle haben. Terroristen wollen spalten, Tränen am Ende vernichten. Und unsere Aufgabe muss dagegen gegen alle Rückschläge, die es natürlich gibt und die wir betrauern, auch immer wieder die Versöhnung sein. Und deswegen müssen wir klar benennen, aus welchen verschiedenen Quellen sich der Antisemitismus speist. Aber wir dürfen das nicht auf eine Weise tun, die ganze Gruppen pauschal stigmatisiert. Und ich lasse jetzt mal den Rand hier außen vor. Da bin ich entsetzt, Herr Hoffmann ist jetzt nicht mehr da, oder Frau Connemann, wenn Sie grundsätzlich von Migranten oder von Integration heute hier gesprochen haben. Die allermeisten Migrantinnen und Migranten oder Menschen mit Einwanderungsgeschichte in diesem Land, die arbeiten, während wir hier gerade reden, kümmern sich um Ihre Kinder und sind heute Abend genauso entsetzt, wenn Sie den Fernseher anschalten. Hören Sie auf mit solchen Pauschalurteilen. Unsere Strategie muss dreierlei leisten, äußerste Konsequenzen in der Repression, noch stärkeren Einsatz in der Prävention, aber drittens auch die Arbeit an einem guten Zusammenleben. Und ich will an dieser Stelle auch sagen, dass wir hier Vorbilder sind. Wie um alles in der Welt soll irgendwo Frieden entstehen, wenn wir in unserem Alltag nicht in der Lage sind, die Konflikte, die wir austragen, auf eine Weise auszutragen, die uns als Demokraten auch auszeichnet, die auch versöhnlich ist und regelgeleitet. Daran müssen wir immer wieder als Demokratinnen und Demokraten auch arbeiten. Wir können aus der Geschichte lernen, dass der gesellschaftliche Fortschritt selten kam, weil jemand eine gute Idee hatte, sondern häufig erst entstanden ist, wenn Menschen am Abgrund standen, in den Abgrund geschaut haben und sich dann besonnen haben. Auch wenn wir heute keine Lösung sehen, auch wenn es sich in den nächsten Tagen und Wochen verschärfen wird, Wir müssen nicht aufgeben, wir dürfen nicht aufgeben, Frieden für möglich zu halten, denn nur aus einer solchen Haltung können wir tun, was in unseren Möglichkeiten liegt. Vielen Dank. Lars Castellucci war das, der letzte Redner in dieser Aktuellen Stunde, die hier von einem breiten Bündnis, und zwar von den Fraktionen der SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und Union beantragt wurde.